Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zu unserer Online-Veranstaltung Was war die Weimarer Republik? Die erste deutsche Demokratie im neuen Licht. Wir freuen uns sehr über Ihre zahlreiche Teilnahme und begrüßen ganz herzlich unseren Referenten Prof. Dr. Benjamin Ziemann. Wir, das sind Dr. Christian Esterhoff, der Leiter der Bibliothek für Zeitgeschichte in der Welt. Ich bin Dr. Christopher Dove. Ich arbeite im Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Auch mehr als 100 Jahre nach ihrer Entstehung ist die Weimarer Republik für uns sehr präsent. In Debatten über Politik finden sich immer wieder Vergleiche mit der ersten deutschen Demokratie. Die Formulierung Weimarer Verhältnisse ist geradezu sprichwörtlich geworden. Die Erfahrungen der Hyperinflation prägen den deutschen Umgang mit Geldwertstabilität bis heute und werden immer wieder auf europäischer Ebene diskutiert. Die idealisierte Vorstellung der goldenen 20er Jahre lockt immer wieder Zehntausende in die Stuttgarter Weißenhof-Siedlung oder in Kunstmuseen. Und die Krimiserie Babylon Berlin fasziniert weltweit Zuschauerinnen und Zuschauer, indem sie mit Bildern der damals hochmodernen Metropole Berlin und ihrer Unterwelt spielt. Doch welches Bild zeichnet die historische Forschung von der oft zu Klischees geronnenen Weimarer Republik? Dieser Frage wollen wir heute Abend nachgehen. Dazu haben wir beste Ausgangsbedingungen. Denn vor kurzem erschien bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft ein neues Handbuch zur Geschichte der Weimarer Republik. In diesem fasst ein internationales Team von Expertinnen und Experten den aktuellen Forschungsstand zur ersten deutschen Demokratie pointiert und gut verständlich zusammen. Das Handbuch trägt den Titel Aufbruch und Abgründe und wurde von unserem Gast Benjamin Zwiemann zusammen mit seiner Kollegin Nadine Rossol herausgegeben. Herr Zwiemann hat zudem wichtige Beiträge in diesem Handbuch selbst verfasst. Ja, Benjamin Zwiemann ist Professor für neuere deutsche Geschichte an der University of Sheffield. Er gilt als renommierter Experte für die Geschichte der Weimarer Republik. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören überdies die deutsche und europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg sowie die historische Friedensforschung. Schon mehrfach hat er auch in der Vortragsreihe der Bibliothek für Zeitgeschichte vorgetragen. Grund hierfür ist nicht nur, dass er natürlich ein sehr netter Referent ist, sondern auch, dass er eine breite Palette an unterschiedlichsten Themen erforscht, zu denen man ihm natürlich dann immer wieder gern zuhört. So hat er 2015 in der Bibliothek für Zeitgeschichte zu Gewalt im Ersten Weltkrieg gesprochen. Zum Ersten Weltkrieg ist er dank zahlreicher herausragender Publikationen, die mittlerweile Standardwerke sind, einer der weltweit führenden Experten. 2020 hat er dann eine Biografie zu Martin Niemöller vorgelegt und damit ein neues Kapitel aufgeschlagen. Er hat erstmals gezeigt, dass der streitbare Pfarrer nach 1945 zwar zum Pazifisten geworden war, aber Antisemit geblieben war. Heute wollen wir nun über sein neues Handbuch zur Weimarer Publik sprechen. Ja, wie Sie unschwer sehen, haben wir es hier mit einer Online-Veranstaltung zu tun. Wir hätten sie gerne vor Ort in der Württembergischen Landesbibliothek durchgeführt. Die Entwicklung der Corona-Pandemie hat dies leider nicht erlaubt. Sie haben aber die Möglichkeit, auch hier an dieser Veranstaltung aktiv teilzunehmen. Schreiben Sie uns einfach im Chat Ihre Fragen. Wir werden sie dann nach dem Vortrag an Benjamin Ziemann richten. Also Sie können gern schon jetzt die Frage stellen. Wir notieren sie dann und bringen sie dann später vor. Ein wichtiger Hinweis ist noch, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen. Das heißt, sollten Sie jetzt nicht in der Lage sein, die Veranstaltung komplett live zu verfolgen oder wenn Sie sich später nochmal was anschauen wollen, was Sie jetzt vielleicht so nicht im ersten Moment mitbekommen haben, können Sie dies ohne Probleme tun. Wir werden sie auf dem Wissenschaftsportal LISA der Gerda-Henkel-Stiftung online stellen, dauerhaft. Doch nun hat erstmal der Referent das Wort. Benjamin, the floor is yours. Vielen Dank, Christian. Schöne Grüße nach Stuttgart. Sehr herzlichen Dank für diese Einladung, die mich sehr freut, weil dieses Handbuch hat Nadine Rossel und unsere Beiträgerinnen und Beiträger und mich einige Jahre sehr auf Trab gehalten und es ist schön, wenn wir jetzt auch über diese Themen sprechen können. Eine Vorbemerkung vielleicht vorab. So ein Handbuch ist natürlich eigentlich nicht der Ort, wo neue Forschungsergebnisse, grundlegend neue Forschungsergebnisse diskutiert werden. Der Zweck eines Handbuches ist, mehr gesichertes Wissen zu bündeln, abrufbar zu machen. Aber ich denke, dass in dieser kompakten Präsentation doch auch Themen sichtbar werden, die in der Fülle der Detailforschung, die für ein Ehe oft vollziehbar sind, untergehen und dann nur so eine randständige Position haben und dass dadurch auch durch diese Bündelung eben neue Fragen und Themen zur Geschichte der ersten deutschen Demokratie in das Blickfeld rücken. Das möchte ich an drei Spielen kurz erläutern. Zuvor möchte ich aber nochmal an einige der grundlegenden großen Interpretationslinien erinnern, welche die wichtigsten Gesamterstellungen zur Epoche vertreten haben. Und in unserer Sicht sind das drei Bücher, allesamt aus der Feder westdeutscher Historiker. Wir können gerne später auch über die Rolle der DDR-Geschichtswissenschaft sprechen oder der amerikanischen, was auch wichtig wäre, die für uns den Rahmen für die Deutung der Republik eigentlich prägen. Das ist zunächst Hans Mommsen, die verspielte Freiheit 1989. Und der Titel seines Buches macht schon deutlich, wem Mommsen für den Untergang der Republik verantwortlich machte. Das waren in erster Linie die liberalen bürgerlichen Eliten, welche ihre liberalen Ideen bereitwillig aufgaben. Vor allem die Bildungsbürger, also universitär gebildete Berufsgruppen, Ärzte, Rechtsanwälte, protestantische Pfarrer und nicht zuletzt Studenten und Hochschullehrer waren es, die, so Mommsen, einem politischen Irrationalismus huldigten und damit entweder selbst zum Nationalsozialismus fanden oder aber dessen Geschäfte erleichterten. Mommsen hatte auch beißende, wirklich beißende Kritik übrig für die überalterte Führung und für den Immobilismus der Sozialdemokratie. Aber seine schärfsten Attacken waren für das Bildungsbürgertum reserviert. Eine soziale Gruppe, die in der Bahnen- Republik gerade einmal ein Prozent der Bevölkerung ausmacht. Heinrich August Winklers, 1993 veröffentlichte Gesamtdarstellung, hat eine andere Ausgangsposition. Winkler sieht die Weimarer Republik als eine durch die industrielle Wirtschaft geprägte Klassengesellschaft. Und um das demokratische Gemeinwesen in den krisenhaften ökonomischen Bedingungen der 20er Jahre zu festigen, habe es eines Klassenkompromisses bedurft zwischen der organisierten, den organisierten industriellen Interessen und der organisierten Arbeiterschaft. Auf diesem Klassenkompromiss beruht für Winkler die Gründung der Republik. Das war das stimmendes Legienabkommen vom November 1918. Aber dieser Kompromiss wurde dann persprüchig und seit 1928 dann auch schrittweise von den Unternehmern aufgekündigt. Damit war die Republik nicht länger zu halten. Einen anderen Akzent setzte wiederum 1987 Detlef Beukert, der die Weimarer Zeit als Krisenjahre der klassischen Moderne interpretierte. Er sah Weimar als eine Epoche der Rationalisierung, die Optimierung von Zweck-Mittel-Relationen. Das war die Signatur der Epoche in der Wirtschaft, Rationalisierung. Ganz klassisch für den vom Nordrand des Ruhrgebiets stammenden und in Essen damals lehrenden Historiker Peukert der Bergbau, die Einführung des elektrischen Schüttelabbauhammers, die Schüttelrutsche im Bereich der Sexualität, Sexualberatungsstellen, die sich um verbesserte Sexualhygiene bemühten. In der Literatur gab es die Neusachlichkeit und der Sozialstaat, der auch die Lebenswelt der Unterschichten rationalisieren wollte. Und gerade hier zeigten sich für Peukert die Ambivalenzen. Auf die ökonomische Krise reagierten die Experten mit eugenischen Ideen zur Exklusion, zur Ausschließung von Bedürftigen und Behinderten, die so schon auf das Dritte Reich vorauswiesen. Peukert starb sehr früh 1990 im Alter von nur 39 Jahren. Er war sicherlich einer der innovativsten Historiker der Bundesrepublik und es bleibt ein reizvolles Gedankenspiel, auch zu überlegen, wie er eigentlich heute über die Wahlrepublik denken würde. Eins sollte klar sein, mit diesen drei Büchern liegen bis heute sehr wichtige und distinkte und in hohem Maße anregende Darstellungen vor, welche unser Bild der Epoche prägen. Wie sich das Bild vielleicht verändern lässt, will ich an drei Themen diskutieren. Weitere folgen dann in der Diskussion mit Christian Westerhoff, Christopher Dove und auch mit den Fragen aus dem Chat. Die erste Frage, die ich stellen möchte, war Weimar eine Republik ohne Republikaner? Dabei handelt es sich um einen sehr alten Topos. Bereits 1919 bemerkte der evangelische Theologe Ernst Trölsch, dass in Diskussionen das Schlagwort von der Republik ohne Republikaner verwandt wurde. Linke Intellektuelle, Karl von Osjetzky, Kurt Tucholsky, stimmten dem zu, beklagten den Mangel an Unterstützung für das demokratische Gemeinwesen. Und auch die drei eingangs genannten Gesamtdeutungen teilen diesen Punkt am stärksten wohl Hans Mommsen. Er sah im sozialdemokratischen Republikschutzverband, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 1924 gegründet, eigentlich nicht mehr als eine Spielwiese für antidemokratische Soldatenspielerei. In mancherlei Hinsicht erinnerte ihn, dass Reichsbanner auch an die SA war für ihn ein paramilitärischer Kampfverband. Sehr kritisch hat auch Volkert geurteilt. Er beklagte, dass die Republik kein Gründungsritoral besessen habe, so wie das etwa für die französischen Republiken im 19. Jahrhundert und bis heute der Sturm auf die Bastille 1789 gewesen ist. Also eine Szene oder ein Symbol, ein symbolischer Moment, der die Legitimität der Republik untermauern könnte. Am zurückhaltendsten hat hier Winkler geurteilt, die Sozialdemokraten, gerade jenen Preußen, sind die Helden seiner Erzählung. Aber er versteht ihre Probleme in erster Linie als solche der Verteilungspolitik und dann die Grenzen der Verteilungspolitik in einer Zeit knapper öffentlicher Kassen. Diese These der Republik ohne Republikaner lässt sich heute so nicht mehr halten. Die Forschung tendiert dahin, die Rolle der Republikaner neu und stärker zu bewerten. Das hängt empirisch vor allem aber nicht nur an einer Neubewertung des bereits genannten Reichsballers Schwarz-Rot-Gold. Es war formal überparteilich und basiert auf einer Zusammenarbeit der Parteien der Weimarer Koalition, Katholisches Zentrum, SPD und linksliberale DDP. Warum ist es wichtig? Erstens aufgrund der Quantität. Das Reichsballer hatte etwa eine Million Mitglieder. Es war damit stärker als die wichtigsten Kampf- und Veteranenverbände des nationalistischen Lagers zusammen. Stahlhelm, der Jungdeutsche Orden und auch die nationalsozialistische SA. Und nicht nur das. Das Reichsbanner war über ganz Deutschland hinweg in der Fläche präsent und seine Mitglieder, zu 90 Prozent sozialdemokratische Arbeiter und Angestellte, waren unermüdlich im Einsatz, um die republikanischen Reichsbanner-Ideen zu verbreiten. So gesehen war das Reichsbanner eben mehr als ein Kriegerverein, wo sich Veteranen einmal im Monat zur Geselligkeit beim Bier getroffen haben. Die waren wirklich unermüdlich im Einsatz. Wichtiger aber noch scheint mir die qualitative Dimension. Hans Monsen hatte durchaus recht. Im Reichsbanner gab es jede Menge Soldatenspielerei, aber diese erfüllte einen sehr wichtigen Zweck. Denn sie zeigte, dass die in der Mehrheit sozialdemokratischen Kriegsveteranen, welche die Masse der Mitglieder stellten, ihre Deutung des Ersten Weltkrieges den heroischen Legenden des nationalen Lagers offensiv entgegenstellten. Und das war eminent politisch in den Bedingungen der Zeit nach 1918. Das war die Gewissheit der ehemaligen Frontsoldaten, dass das politische Regime des Kaiserreichs mit seiner Korruption und Elitenherrschaft aus der Sicht dieser Sozialdemokraten ausgedient hatte und die Republik damit sehr zu Recht in fundamentaler Legitimität beanspruchen konnte, für die Interessen der Volksmassen das geeignete Gemeinwesen zu sein. Und im Zusammenhang damit steht die ebenfalls hochgradig politische Überzeugung der Reichsbanner Mitglieder, dass die deutsche Niederlage im Herbst 1918 konsequent war. Auch Reichsbanner Mitglieder konnten sich über den Vertrag von Versailles empören, aber sie bestritten nicht, dass Deutschland den Krieg verloren hatte. In engem Zusammenhang mit dem Reichsbanner steht eine zweite wichtige Dimension des Republikanismus, die Feier des Verfassungstages, in Erinnerung an den 11. August 1919, an dem Friedrich Ebert die Weimarer Reichsverfassung unterzeichnet hatte. Von 1921 bis 1932 feierte jede Reichsregierung den Verfassungstag, obwohl er nie ein nationaler Feiertag wurde. Einige der Länder, die den Tag durchführen mussten, führten ihn ein, andere veranlassten Verfassungsfeiern in Schulen, manche wie etwa Bayern versuchten ihn einfach zu ignorieren. Ab Mitte der 20er Jahre wurde der staatlichen Berliner Feier ein Festumzug hinzugefügt, der stetig anwuchs, auf 75.000 Teilnehmer 1929. Die Republikaner, darunter auch viele Reichsbannermitglieder, marschierten durch das politische Herz der Hauptstadt und besetzten den öffentlichen Raum im Zentrum Berlins, was im Kaiserreich unmöglich gewesen wäre. So war die festliche Feier des Verfassungstages genau das, was Peukert an der Weimarer Republik vermisst hatte, die öffentliche Inszenierung des Gründungsrituals eines republikanischen Gemeinwesens. Das Ritual war nicht unumstritten, auch nicht unter den Republikanern selbst. Die radikale Linke und auch viele auf dem linken Flügel der SPD hätten die Gründung der Republik wohl lieber am 9. November gefeiert. Viele traditionale Sozialdemokraten hätten und haben für den 1. Mai den klassischen Feiertag der sozialistischen Arbeiterbewegung plädiert. Der Bundesrepublik steht in den letzten Jahren in der geschichtskulturellen Debatte der Streit um die Rückgabeforderungen des Hauses Hohenzollern im Mittelpunkt erregter Debatten. Ein Grund mehr heute daran zu erinnern, dass der von der KPD initiierte Volksentscheid zur entschädigungslosen Enteignung der ehemaligen Fürstenhäuser des Kaiserreichs der Höhepunkt der republikanischen Mobilisierung in Weimar war. Bei der ersten Abstimmung im März 1926, dem sogenannten Volksbegehren, also dem ersten Schritt, um einen Volksentscheid durchzuführen, stimmten 12,52 Millionen mit Ja beim Volksentscheid selbst am 20. Juni, dann gar 14,46 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Weimarer Republik. Das waren fast vier Millionen mehr als die Wähler von KPD und SPD bei der Reichstagswahl vom Dezember 1924. Und als Vergleichspunkt vielleicht noch wichtiger, es waren deutlich mehr als die 13,75 Millionen Deutschen, die im Juli 1932 auf dem Höhepunkt ihres Erfolges der NSDAP ihre Stimme gaben. Weimarer Republikaner, das sollten wir nicht vergessen, waren auch und gerade Menschen, welche die Hohenzollern und die 21 anderen Fürstenhäuser des Kaiserreichs einfach lächerlich fanden oder sogar zutiefst verachteten. Und wie die Abstimmung im Juni 1926 zeigt, reichte diese Verachtung tief in das bürgerliche Lager hinein. Zweite Frage. Wie christlich war die Weimarer Republik? Auf den ersten Blick mag diese Frage merkwürdig, ja vielleicht komisch erscheinen. Warum christlich? In den drei genannten, eingangs genannten Gesamterstellungen werden die christlichen Kirchen jeweils nur ganz kurz erwähnt. Und auch sonst spielen christliche Religion und Konfession in unserem Geschichtsbild der Epoche keine Rolle. Und das ist ein Problem. Denken wir etwa an die Revolution 1918-19. Wir alle kennen den sogenannten Spartakusaufstand Anfang 1919 in Berlin, der gar kein Spartakusaufstand war, weil der Spartakusbund erst auf den Zug aufsprang, den eigentlich die revolutionären Obleute in Fahrt gesetzt hatten. Weniger bekannt ist aber, dass die größten Massenbewegungen Anfang 1919 nicht von Seiten der Linken kamen, sondern Demonstrationen von evangelischen und katholischen Christen waren. Sie demonstrierten in Berlin und vielen anderen Städten, vor allem Preußens, gegen die radikalen Pläne zur Trennung von Staat und Kirche, die der preußische Co-Kultusminister Adolf Hoffmann von der USPD vorgelegt hatte. Hoffmann war ein Freidenker und durch seine antikirchliche Agitation hatte er sich schon vor 1914 den Spitznamen Zehn Gebete Hoffmann erworben. Seine Pläne zielten auf ein Ende der staatlichen Subventionen für die Kirchen und die radikale Entkonfessionalisierung des Schulwesens. Durch die massenhaften Proteste aufgeschreckt stoppten die Mehrheitssozialdemokraten die geplanten Reformen und verschoben die weitere Debatte auf den St. Nimmerleins Tag. Ein zweites Beispiel, das Frauenwahlrecht. Der Rat der Volksbeauftragten hat es gleich im November 1918 eingeführt und bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 wurde es erstmals praktiziert. Es ist in letzter Zeit, seit 2018, oft und zu Recht als eine wichtige demokratische Errungenschaft der Republik gewürdigt worden, gerade auch im internationalen Vergleich. Was aber nur selten erwähnt wird, gerade auch von progressiven Historikerinnen, ist, dass die Frauen von 1919 bis 1932 in ihrem Wahlverhalten durchgängig eine starke Präferenz für christliche Parteien zeigten. Unter den Wählern von SPD, USPD und KPD waren Frauen deutlich unterrepräsentiert. Unter den Wählern des katholischen Zentrums und der Deutschen Nationalen Volkspartei, der Sammelpartei der protestantischen Konservativen waren sie deutlich überrepräsentiert. Hätten im Januar 1919 genauso viele Frauen wie Männer die SPD und die USPD gewählt, hätte es eine Mehrheit für die sozialistischen Parteien gegeben. Als sich der SPD-Ortsverein Damon Horst am 25. Januar 1919 zu seiner turnusgemäßen Mitgliederversammlung traf, machte dort, und zwar nicht ganz zu Unrecht, eine Deutschstoßlegende die Runde, nach der die Frauen die MSPD den Wahlsieg gekostet hätten. Und nur ein eher besonderer Genosse warf dann ein, ich zitiere aus dem Protokoll dieser Sitzung, dass uns die Frauen nicht so viel geschadet hätten, wie man annimmt, sondern doch der Bruderstreit mit der USPD und die Stimmenthaltung der Kommunisten, Zitat Ende, die ja nicht angetreten war. Nun war die Macht der christlichen Kirchen in Weimar keineswegs ungebrochen, im Gegenteil. Es gab eine rapide Entkirchlichungstendenz unter evangelischen Christen, die historisch einzigartig ist. In den Jahren von 1919 bis 1921 lag die Zahl der evangelischen Kirchenmitglieder, die in die Konfessionslosigkeit austraten, das ist der technische Terminus, bei 0,82, 0,7 und dann noch einmal 0,52 Prozent. Eine explosionsartige Steigerung gegenüber der Zeit vor 1914. Und dieser Spitzenwert von 1919, 0,82 Prozent der evangelischen Christen verlassen die Kirche, ist erst in einem, wie wir wissen, radikal veränderlichen gesellschaftlichen Umfeld in der Bundesrepublik bis in die 1980er Jahre nicht wieder erreicht worden. Der Höchstwert lag 1974 vor der Wiedervereinigung bei 0,78 Prozent. Zudem wuchs nach 1918 auch die Zahl der Mitglieder in den sozialdemokratischen und kommunistischen Freidenkerverbänden rapide an. Etwa eine Dreiviertelmillion Mitte der 20er Jahre. In einigen Großstädten, vor allem Berlin, Braunschweig und Leipzig sind zu nennen, entstand ein radikal religionsfernes säkulares Milieu, in dem zehn Prozent der Bevölkerung nicht mehr nur keiner christlichen Kirche angehörten, sondern mehr noch im Kampf gegen das Christentum ihren eigentlichen Lebensmittelpunkt fanden. Aber gerade das Wachstum dieser Gottlosen, wie evangelische und katholische Beobachter sie nannten, entfachte eine neue Welle religiöser Konflikte und machte die Weimarer Republik zu einer Zeit intensiver religiöser Kulturkämpfe. Die ungebrochene Vitalität des Katholizismus war ein wichtiges Moment dieser Entwicklung und dazu gehört auch eine neuerliche Welle von übernatürlichen Erscheinungen. Hier ist auf Therese Neumann zu verweisen, eine junge katholische Bauernmarkt aus der kleinen oberpfälzischen Gemeinde Connersreuth, die seit 1926 Visionen hatte und als stigmatisierte die Wundmale Jesu zeigte. Über die Jahre zog Neumanns Beispiel tausende von neugierigen Besuchern in ihr Elternhaus in Connersreuth, das extra umgebaut werden musste, um dem Besucherstrom Platz zu schaffen, weil so viele Menschen kamen, um diese Stigmata selbst zu erleben und Therese Neumann aus der Nähe zu beobachten. Buchpublikationen, ein Strom von Zeitungsartikeln diskutierten die Stigmata und sie ist auch im Hinblick auf 1933 relevant, denn der Journalist Fritz Gerlich konvertierte nach der Begegnung mit Neumann zum katholischen Glauben und entwickelte sich in der Folgezeit zu einem der entschiedensten öffentlichen Kritiker Hitlers vor 1933. Für seine beißende Kritik rächte sich Hitler mit dem Befehl zu Gerlichs Ermordung im KZ Dachau am 30. Juni 1934. Viele weitere Details zu den religiösen Kulturkämpfen der Weimarer Zeit und auch weitergehende Überlegungen, wie sie zu interpretieren sind, finden sich in unserem Handbuch in dem wichtigen Kapitel von Udi Greenberg und Todd Weir, die wirklich grundlegende Arbeiter geleistet haben. Da finden sich auch Überlegungen dazu, wie die Abwehrhaltung, gemeinsame Abwehrhaltung von Protestanten und Katholiken gegen diese gottlosen sozialistischen Freidenker zu einer zumindest partiellen Aufweichung der tiefer Wurzelgegensätze zwischen den beiden christlichen Konfessionen beigetragen hat. Eines scheint mir jedenfalls klar. Als Detlef Polkerts Rationalisierung zur Signatur der Epoche erhob, unterschätzte er die Rolle der religiösen Lebenswelten und Konflikte für die Zeit von 1918 bis 1933. Damit stand er nicht allein. Viele Sozialhistoriker der 80er Jahre hatten für religiöse Konflikte kein Sensorium. Aber das hat ein schiefes, da säkulares Geschichtsbild erzeugt, das es zu korrigieren gilt. Dritte Frage. Welche Rolle spielten Agrarwirtschaft und ländliche Gesellschaft in der Weimarer Republik? Auf den ersten Blick scheint diese Frage banal und leicht zu beantworten. Deutschland war eine Industriegesellschaft und der agrarische Sektor marginal. Doch auf den zweiten Blick kompliziert sich die Lage. Denn erstens, die gesellschaftliche und ökonomische Bedeutung des gewerblichen Sektors nahm tatsächlich ab. Wenn wir Erwerbstätigkeit als einen wichtigen Gradmesser nehmen, dann sank die Zahl der Erwerbstätigen im gewerblichen Sektor von 42 Prozent 1925 auf 40,4 1933. Gewiss auch die Größe des primären Sektors Land- und Forstwirtschaft war seit dem späten 19. Jahrhundert rapide Gesunden. Dennoch waren 1925 immer noch 30,5 Prozent aller erwerbstätigen Personen in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigt. Und bis 1933 sank dieser Anteil nur leicht auf knapp 29 Prozent ab. Das ist schon ein wichtiger Hinweis darauf, dass in diesem Zeitraum, der ja durch bislang unbekannte, bis dahin unbekannte wirtschaftliche Turbulenzen gekennzeichnet war, die Beschäftigung in der Landwirtschaft mit dem Versprechen der Subsistenzversorgung mit Nahrungsmitteln erneute Attraktivität gefunden hatte. Und der Trend zur Landflucht, der die Gesellschaftsgeschichte des Kaiserreichs zutiefst geprägt hat, sich zumindest stark verlangsamte, teilweise wohl auch umkehrte. Aber die Angaben der Erwerbsstatistik geben nur ein sehr unvollständiges Bild, denn sie sind notorisch unzuverlässig, gerade in der Erfassung des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs. Dafür ist es besser, auf Statistiken für die Bewirtschaftung von Land zu schauen. Wenn man das tut, dann ergibt sich, dass 1907 36 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebseinheiten eine Fläche von weniger als 0,5 Hektar bewirtschafteten. Bis 1933 stieg dieser Anteil auf 63 Prozent. Seinen Höchstwert hat er übrigens erst in der Bundesrepublik 1949 mit 72 Prozent erreicht. Diejenigen, die diese Flächen bewirtschafteten, zum Vergleich, ein Fußballfeld in der Bundesliga ist bei etwa 7100 Quadratmetern normiert. Das waren selbstredend keine Bauern im üblichen Sinne des Wortes. Einige von ihnen Landbesitz oder Landpacht am oberen Ende der 0,5 Hektar waren Arbeiterbauern, wie es sie gerade in Württemberg häufig gab. Die zur Fabrikarbeit pendelten mit dem Fahrrad oder auch mit der Eisenbahn nach Feierabend und am Wochenende dann ihre partielle Land bewirtschafteten. Die meisten oder doch sicherlich die meisten dieser Parzellenbesitzer mit Parzellen unter 0,5 Hektar, und zwar gerade, wenn man sozusagen noch weiter runter geht, waren Arbeiter. Punkt. Es waren Menschen wie etwa Paul Meick, 1891 geboren, der 1908 aus Westpreußen nach Essen zugewandert war und dort bis zu seiner Pensionierung 1957 in der berühmten Krupschen-Guss-Stahlfabrik gearbeitet hat. Über Meick sind wir exzellent informiert, denn auf der Basis der Vorarbeiten von Alf Lüttke hat Janosch Stäuwer, ein sehr innovativer junger Historiker und Experte für die Geschichte von Tagebüchern, jüngst das Anschreibebuch von Paul Meick ediert, Meick, M-A-I-K, und auch kommentiert, ein wunderschön produziertes Buch. In den knappen Notizen, die Meick in seinen Kalender eingetragen hat, finden sich praktisch keine Bemerkungen zu seiner Arbeit bei Krupp, außer es wurden Feierschichten gefeiert, also er ging dann nicht zur Arbeit und nur ganz wenige, die seine politischen Präferenzen erkennen lassen. Anfang der 1920er Jahre tendierte Meick wohl zur KPD. Stattdessen war sein Notizbuch gefüllt mit Eintragungen über die Arbeiten, die er verrichtet hat, die Saat- und Erntezeiten in der kleinen Parzelle, die er bewirtschaftete, um seine Familie in der von Ernährungskrisen geprägten Weimarer Zeit über Wasser zu halten. Der Historiker Michael Prinz hat einmal errechnet, dass in den frühen 1930er Jahren fast ein Drittel aller deutschen Haushalte eine solche Kleinstparzelle bewirtschafteten. Darunter waren nicht zuletzt die etwa 1,5 Millionen Mitglieder von Schlebergartenkolonien, aber dieses Phänomen geht noch weit darüber hinaus. Anders ausgedrückt, und jetzt übertreibe ich etwas, aber ich übertreibe doch nur leicht, kann man formulieren, um 1930 war eigentlich jeder Deutsche, der nicht zu den bürgerlichen Mittelschichten, dem Kleinbürgertum oder den Angestellten zählte, ein Bauer, in Anführungszeichen, im weitesten Sinne des Wortes. Mit diesen Bemerkungen über Parzellenwirtschaften möchte ich Ihnen die kaum überschätzbare Bedeutung der Agrarwirtschaft für die Lebensweise und eben auch die Lebenshaltung vieler Bevölkerungsschichten in dieser Zeit andeuten. Aber eigentlich noch wichtiger ist, und noch mehr ist es mir um die Landwirtschaft im längeren Sinne zu tun, also um jene Bauern, Landarbeiter und Großgrundbesitzer, die hauptberuflich, haupterwerbstätig in der Landwirtschaft waren. Da gibt es viele Themen, die ich ganz kurz einmal anreißen möchte, ohne sie ausführlich darstellen zu können. Die Streikbewegung der Landarbeiter in den ostelbischen Provinzen Preußens, die von 1919 bis 1921 vor allem die Provinz Pommern bis ins Mark erschüttert haben und die bewaffnete Gegenwehr der Großgrundbesitzer auf den Plan riefen, welche Reichswehreinheiten, Freikoreinheiten und auch die sogenannte technische Nothilfe den Vorläufer des heutigen technischen Hilfswerks herbeirief, um diese Streiks niederzuschlagen und die Arbeiter zu brutalisieren. Es gäbe viel zu erzählen über bäuerlichen Protest, etwa von der freien Bauernschaft, 1919 im Rheinland gegründet, die aber dann gerade in der bayerischen Rheinpfalz viele Anhänger fand und von dort 1920 bis 1923 eine ganze Reihe von Lieferstreiks organisierte. Eine Protestform, mit der sie ganz offenkundig und auch ganz bewusst die Praxis der sozialistischen Arbeiterbewegung nachahmte, bis in die Slogans hinein. Alle Räder oder alle Mägen stehen, das wurde dann adaptiert. Nicht alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will, sondern alle Mägen stehen still, wenn dein starker Arm es will, so lautete einer der Slogans. Oder ich könnte vom Winzersturm von Bernd Kastel erzählen, bei dem im Februar 1926 2000 Winzer das dortige Finanzamt stürmten, Akten auf die Straßen werfen, in Brand setzen. Das sind Geschichten aus der Weimarer Republik, die wenig bekannt sind und auf die vielfältigen Konfliktlinien verweisen, die den agrarischen Sektor prägten. Besonders wichtig scheinen mir zwei Sachverhalte. Wirtschaftsgeschichtlich erst einmal, dass die Krise der agrarischen Ökonomie bereits vor der großen Depression der industriellen Wirtschaft einsetzt und zwar 1927, 28 durch einen tiefgreifenden Verfall der Weltmarktpreise für Getreide induziert, der dann auch auf andere Produkte durchschlug. Entscheidend sind zweitens die politischen Präferenzen der agrarischen Produzenten, sowohl der Bauern als auch der Landarbeiter, als auch der Großgrundbesitzer. Aber vor allem im Blick auf die ersten beiden Gruppen, die zahlenmäßig natürlich am stärksten waren. Die Quintessenz der verwickelten Geschichte der agrarischen Interessenpolitik seit 1919 war, dass in den protestantischen Agrarregionen des Reiches mit nur ganz wenigen Ausnahmen nur noch eigentlich eine Partei von der Unzufriedenheit der Bauern, Landarbeiter und wenigen Großgrundbesitzer profitierte. Und das war die NSDAP. Wie wir wissen, war Konfession auch in Weimar der wichtigste Faktor, der das Wahlverhalten beeinflusste. Und so fand der Aufstieg der Nazis zur stärksten Partei unter den ländlichen Wählern vor allem in den protestantischen Regionen Deutschlands statt. Der Einfluss der ländlichen Wähler auf den Wahlerfolg der NSDAP war bei den Septemberwahlen des Jahres 1930 noch stark begrenzt. Doch bei den Dreistagswahlen im Juli 1932 öffnete sich eine große Schere zwischen jenen vorwiegend protestantischen Wahlbezirken, in denen der Anteil landwirtschaftlicher Beschäftigter über dem Durchschnitt lag und jenen, in denen er darunter lag, wenn man einfach diesen einen Faktor isoliert, wie das Jürgen Falter in seinen Berechnungen zur Wählerschaft der NSDAP gemacht hat. Zu diesem Zeitpunkt, 1932, lag die Differenz bei 10 Punkten. 41 Prozent in jenen agrarischen Bezirken stimmten für die NSDAP, 31 in jenen unter dem Durchschnitt agrarischen. Bei den Märzwahlen 1933, der letzten zumindest nominell noch freien Wahl der Weimarer Republik, lag die Differenz bei 12 Punkten. 49 Prozent in jenen Bezirken, die sich statistisch isolieren lassen, mit über dem Durchschnitt liegender landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit, wählten die NSDAP. Mit anderen Worten, am 5. März 1933 gab jeder zweite Wähler in den Agrarregionen mit protestantischer Bevölkerung der NSDAP die Stimme. Diese Wahlerfolge der NSDAP in protestantischen Agrarregionen sind in meiner Sicht ohne jeden Zweifel die wichtigste Einzelursache für die Zerstörung der Weimarer Republik. Denn erst sie verschafften der NSDAP jene Massenbasis, die Hitler dann 1932, 1933 bei seinem Kampf um das Amt des Reichskanzlers in die Waagschale werfen konnte. Dieser ländliche Wahlerfolg basierte weder auf der Blut- und Bodenideologie noch auf der Anziehungskraft romantischer Konzepte einer Dorfgemeinschaft, die konservative, wie Nationalsozialisten, vertraten. Die Bauern und Landarbeiter stimmten für die NSDAP, weil deren populistische Rhetorik ihre Ressentiments gegen die Weimarer Republik geschickt aufgriff und dörfliche Meinungsführer, Pfarrer und Großbauern die Parolen der NSDAP verstärkten und ihnen Legitimität verschafften. Ich komme zum Schluss und möchte abschließend noch zwei Punkte hervorheben. Erstens, was paradoxerweise auch unter Einschluss des letzten Punktes zur Agrarwirtschaft diese Dinge, die ich vorgetragen habe, gemein haben, ist eine Verschiebung der Perspektiven. In der historischen Forschung zur Weimarer Republik standen von den 1960er Jahren bis in die 1980er Jahre hinein sozioökonomische Konflikte im Vordergrund. Es ging um Kooperatismus, um organisierte Interessen von Arbeitern, Industriellen und anderen sozialen Gruppen. Es ging um die Panik im Mittelstand, wie Theodor Geiger das schon 1930 genannt hat. Und es ging eben um Verteilungskonflikte in Zeiten knapper Ressourcen. Mit den Themen, die ich eben kurz angedeutet habe, wird deutlich, dass die Weimarer Republik eben auch und vielleicht noch sehr viel stärker von Konflikten geprägt war, die auf einer anderen Ebene angesiedelt sind. Auf der Ebene der Symbole und des Kampfes um die Symbole, der Flaggenstreit, der das Reichsbanner beschäftigt hat, der Streit um den Verfassungstag sind da wichtige Themen. Konflikte zwischen den Konfessionen, aber auch in der ländlichen Gesellschaft, wo es darum ging, dass die Bauern spürten seit 1914 eigentlich mit dem Übergang zu einer konsumentenorientierten Agrarpolitik, dass ihre Eherauffassung, ihr symbolisches Verständnis von gerechter Ordnung nicht mehr von der Mehrheitsgesellschaft respektiert wurde und die auch aus diesen Gründen dann in das Wählerlager der NSDAP wandten. Der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, dass das Erstaunliche gerade an den letzten Ausführungen, die ich gemacht habe zum agrarischen Protest, dass in sehr impressionistischer Form all das schon lange bekannt ist. Jeder, der einmal Hans Fallerdars Bauern, Bonsen, Bomben gelesen hat, weiß, zumindest in Umrissen, nicht im Detail und ohne den Kontext, aber immerhin um die gewaltsamen Proteste, welche die Landvolkbewegung in Schleswig-Holstein inszeniert hat und wie sie damit zum Türöffner für die NSDAP in dieser Provinz werden konnte, in der die Nazis bereits 1930 ihre größten Wahlerfolge im Reich beieren konnten. Noch schwerer zu erklären ist eigentlich, warum diese Zusammenhänge in den vorhandenen Gesamtdeutungen so wenig Gewicht haben. Winklers Kernthese vom nötigen industriellen Klassenkompromiss verliert an Prägnanz und ich finde auch an Relevanz, wenn die eigentliche Ursache oder eine der wichtigsten Ursachen für die Zerstörung der Republik im Agrarsektor zu suchen ist. Und Polkerts Krise der klassischen Moderne ließe sich wohl eher treffender als die Krise des klassischen Agrarsektors reformulieren. Die Frage, die sich damit verbindet, ist, was eigentlich geschehen muss, damit Bauern, Landarbeiter und auch all jene, die im Kampf um das tägliche Brot Kleinstparzellen bewirtschafteten, ein legitimer Teil und auch ein wichtiger Teil unseres Geschichtsbildes der Weimarer Epoche werden. Diese Frage ist allerdings nicht einfach zu beantworten und ich denke, sie wird uns in anderer und auch allgemeiner Form im Weiteren beschäftigen. Und so möchte ich hier meine Ausführungen zu diesen drei Themenkomplexen aus der Geschichte der Weimarer Republik abschließen und gebe das Wort an Christopher Dove und Christian Westerhoff zurück. Ja, Benjamin, vielen herzlichen Dank für deinen Überblick und für diese neuen Einsichten in die Geschichte der Weimarer Republik. Wir wollen es jetzt so gestalten, dass wir dir hier sozusagen vom Podium nochmal den Christopher noch dazu vom Podium ein paar Fragen stellen, bevor wir dann die Fragerunde für die Allgemeinheit öffnen. Es hat im Chat auch schon die eine oder andere Frage gegeben, die wir dann natürlich vortragen werden. Ja, du hast es schon angedeutet, dass das Ländliche stärker in den Blick rücken soll, als es bisher getan wurde. Daran knüpft ein bisschen meine erste Frage an. Das Innovative an eurem Handbuch ist unter anderem, dass ihr die föderale Vielfalt der Weimarer Republik in den Blick nehmt. Also Weimar ist nicht nur Berlin sozusagen und da würden sich mir zwei Fragen daran anschließen. Das eine ist, ob man mit Blick auf diese föderalen Besonderheiten sagen kann, dass die politische Geschichte einen besonderen badischen und würdembergischen Weg kannte zwischen 1918 und 1933. Der Stuttgarter Historiker Wolfram Püter hat kürzlich seine Überlegungen zu einer Stuttgarter Republik vorgestellt, wo er so weit ging, dass er sagte, warum eigentlich Weimar Republik. Und ja, im Prinzip spielt das auf zwei Dinge an. Das eine ist, dass eben die Gegensätze, die die Weimarer Republik so stark prägen und die auch unser Bild natürlich von der Weimarer Republik sehr, sehr stark prägen, in Württemberg und in Baden nicht so stark ausgeprägt war, dass in Württemberg aber gleichzeitig auch seit Mitte der 20er Jahre eine wesentlich konservativere Stoßrichtung in der Politik vorherrschte. Da würde mich natürlich einfach interessieren, was du zu dieser These sagst von der Stuttgarter Republik. Wenn wir da nochmal nach Norddeutschland gucken, stellten Sie mich jetzt auch im Zusammenhang mit deinen letzten Ausführungen die Frage, ob man sagen kann, ob es eher Regionen gab, die eher zu undemokratischen Lösungen neigten, du hast jetzt Schleswig-Holstein schon genannt und Regionen, die eher bis lange, ja bis zum Ende der Republik eher demokratische Tendenzen aufwiesen. Du hattest die Landarbeiter schon erwähnt und wie sie halt die Republik halt mit unterminiert haben, weil sie halt so enttäuscht waren und sich schnell den Nationalsozialisten zugewandt haben, aber das war ja nicht unbedingt überall so. Es gab auch Landarbeiter gerade in katholischen Gebieten, sogenannte Leute, die eher der Demokratie bis zuletzt die Stange gehalten haben. Danke. Erstmal dieses Thema Föderalismus ist sehr wichtig aus einer Reihe von Gründen. Erstens, weil, wenn auch leicht abgeschwächt gegenüber der Geschichte des Kaiserreichs, der Föderalismus und ein wichtiges Strukturprinzip der Politik auch in der Wahlmobilik war und es ist ein wichtiges Strukturprinzip der deutschen Politik bis in die Gegenwart hinein und so gibt es in den verschiedenen demokratischen Staaten, die alle auf einer Demokratie, das schrieb die Weimarer Reichsverfassung vor, dass also alle Einzelstaaten des Reiches auf demokratischer Grundlage operieren mussten, sozusagen gibt es dasselbe Grundmodell, aber dann eben sehr unterschiedliche Verlaufsformen. Aus diesem Grund finde ich, ich habe mir diesen Vortrag von Herrn Püter angehört, finde das sehr interessant. Ich finde das allein schon großartig, sozusagen einmal so gegen den Strom zu schwimmen und einfach die Umbenennung der Weimarer Republik so vorzunehmen, zumal wir ja wissen, dass die Weimarer Republik selber gar nicht Weimarer Republik hieß, sondern eben das Deutsche Reich, es war die Verfassung, was wir die Weimarer Verfassung nennen oder die Verfassung der Weimarer Republik war die Verfassung des Deutschen Reiches. Das ist interessant und hat auch einiges für sich. Ich würde das vielleicht nicht überbetonen wollen oder ich würde es etwas anders akzentuieren, weil Eugen Bolz, der württembergische Staatspräsident von der Zentrumspartei, der ja dann später im Dritten Reichen in Widerstand gegangen ist, war auch kein lupenreiner Demokrat, also Konsens vielleicht ja, aber es ist bekannt ein Zitat, dass Bolz 1930 zu seiner Frau wohl gesagt hat, dass ihm eigentlich eine Diktatur auf Zeit für die nächsten zehn Jahre oder so auch lieber wäre, als dieses ganze Kuddelmuddel, also wie viele auf dem rechten Rand der Zentrumspartei war Bolz kein lupenreiner Demokrat in dem Sinne, anders als etwa Otto Braun, der preußische Ministerpräsident und so gesehen ist es dann in der Praxis, in der Realität doch ein bisschen komplexer, zumal, wie du schon angedeutet hast, seit den Wahlen 1924, die SPD, die ja sonst Teil dieser Weimarer Koalition war, die bis 1932 in Preußen ja an der Regierung war, eben ausgeschlossen wurde. Ein gewisser Kurt Schumacher hat sich ja als Oppositionsführer der SPD da seine Meriten verdient. Die andere Frage nach dem Agrarsektor, ja, die Heuerlinge, das ist eine sehr kleine Gruppe von Agrarproduzenten, die eben von der Pacht sozusagen eines Stück Landes lebten und die aufgrund der Besonderheiten, dass die Beinemepublik quasi ihre Pachtverträge garantiert hatten, sehr früh und entschieden sich für das Weimarer System ausgesprochen haben und das auch bis 1933 durchgehalten haben. Also, aber im Gesamtgewicht des Agrarsektors gewinnt, ist eben doch die dominierende Tendenz, dass Landarbeiter und Bauern und Großgrundbesitzer aus jeweils verschiedenen Interessenlagen und Dynamiken und auch Verlaufsgeschichten hinaus dann doch in den protestantischen Regionen im Lager der NSDAP landen. Gerade bei den Landarbeitern war das so nicht vorhersehbar, weil die eben dort der sozialdemokratische Landarbeiterverband massive Organisationserfolge gehabt hat 1919, 1920 auch in Pommern, aber sich dann eben gezeigt hat für diese Landarbeiter, dass die SPD doch die Partei war, die eben Konsumenteninteressen vertreten hat und aufgrund natürlich auch der Repressalien, die ich schon erwähnt hatte, dann die in einem anderen Lager gelandet sind. Ja, vielen Dank. Wechseln wir mal von der Politik und den sozioökonomischen Faktoren zur Kultur. Kultur, das große Thema Weimar Republik, wir denken dann alle gleich an rauschende Nächte in Berlin, und sobald der Begriff Kultur der Weimar Republik fällt, sind auch Schlagworte wie Thomas Mann, Metropolis und Bauhaus nicht weit entfernt. Wenn wir jetzt noch mal auf die weißen Flecken schauen, die ihr ja in eurem Handbuch euch besonders vorgenommen habt, was sagt die neue Forschung dazu? Was war die Kultur der Weimar Republik? Da gibt es in unserem Handbuch eine ganze Reihe von höchst aufschlussreichen Beiträgen. Ich will nur einige Dinge erwähnen. Erstmal im Bereich der Literatur. Wir haben ein Kapitel von Helmut Kiesel, der sein eigenes Handbuch im Übrigen geschrieben hat, nämlich ein Handbuch zur Geschichte der Weimarer Literatur auf 1500 Seiten, was ich für eines der imposantesten und beeindruckendsten und auch lehrreichsten Bücher halte, die in den letzten 15, 20 Jahren zur Geschichte der Weimarer Republik publiziert worden sind und quasi sein Kapitel in unserem Handbuch ist die Kurzfassung und was er erstmal betont, ist ganz wichtig, die Breite eigentlich der Literatur. Natürlich gibt es Höchstleistungen der Moderne, der klassischen Moderne oder der reflektierten Moderne in der Literatur der Weimarer Zeit, Thomas Mann, Döblin, andere, aber es gibt vor allem in der Breite, was Zeitliteratur genannt wurde, also eine beinahe tagesaktuelle Literatur, die die verschiedenen Konflikte, Problemlagen, Epochen, Umbruchssituationen 1918, 19, 1923 und auch spätere in den Blick nimmt, die eben, also der Buchmarkt ist sehr viel breiter, man hat dort auch ein Rezeptionsproblem, weil selbst von den Autoren, die man in Lexika findet, also Hunderte oder einige Hundert, auch das nur einen winzigen Teil eigentlich des Buchmarktes der Zeit widerspiegelt, der noch sehr viel breiter ist. Ein Beispiel dafür nur, einer der meistgelesensten Autoren der Barmobil ist jemand, den heute eigentlich kaum noch jemand kennt und der auch nur bei Kiesel ganz kurz erwähnt wird, das ist Emil Ludwig, den kennen Historiker, noch, weil er diese historischen Biografien geschrieben hat, Bücher über historische Gestalten, Bismarck und andere und damit in eine Kontroverse verwickelt wurde mit der Historikerzunft der Weimarer Zeit, die viele spalten in der historischen Zeitschrift, schon damals das sozusagen Flaggschiff der deutschen Geschichtswissenschaft bedruckt hat, um die Methode von Ludwig als unseriös abzuqualifizieren, aber Ludwig war in vielen Feldern vom Journalismus Interviewbände mit wichtigen Politikern der Zeit, Theaterstücke aktiv, war international hoch anerkannt, hat sehr viel hohe Auflagen verkauft, ist dann noch vor 1933 ins Exil gegangen. Das ist ein Typ des Massenliteraten, kann man sagen, der breit rezipiert wurde, der aber eben zum Kanon der deutschen Literaturgeschichte so nicht unbedingt dazugehört. Insgesamt ist das dann, die weitere Tendenz ist eben der Blick für die Massenkultur. Beispiel Film, Metropolis wird immer genannt, gehört zum Geschichtsbild der Weimarer Republik dazu. Der Punkt ist nur, dass sich niemand an den Kinokassen für Metropolis interessiert hat. Die Produktionsgesellschaft, die Ufer, wäre beinahe pleite gegangen, weil die Produktionskosten so hoch waren und eben niemand den Film sehen wollte. Technisch gesehen, wenn ich das mal zuspitzen darf, haben wahrscheinlich mehr Menschen in der Weimarer Republik Therese Neumann in ihrem elterlichen Wohnhaus gesehen, als es Menschen gab, die Metropolis im Kino gesehen haben. Was im Kino gesehen wurde, was beliebt war, waren Schnulzen, romantische Schnulzen, die heute niemand mehr sich freiwillig angucken würde, vor idealisierten Heidelberger, Altstadtgässchen mit romantischen, also cheesy Plotlines, wie man im Englischen sagen würde, das ist die Massenkultur im Kino der Weimarer Republik und die Entfaltung dieser Massenkultur ist eines der wichtigen Themen der Kulturgeschichte der Weimarer Republik, die eben auch multimedial dann zum Vorschein kommt. Da fehlt noch das Fernsehen, das heute natürlich im Mittelpunkt der Massenkultur steht, aber an Deblins Alexanderplatz kann man schon sehen, wie dieses multimediale Zusammenspiel funktioniert, weil es davon die Buchfassung gab, dann eine Radiofassung und also eine Hörspielfassung und dann eben auch eine Filmfassung schon zur Weimarer Zeit. Blicke auf die Geschichte sind ja immer Standort gebunden, das haben Sie ja am Anfang auch schon mal kurz angerissen. Lange Zeit wurde ja die Weimarer Republik als Vorgeschichte des Nationalsozialismus dargestellt und von ihrem Ende her dann verstanden und interpretiert. Können Sie uns nochmal kurz pointiert zusammengefasst Ihren Blick, Ihre Sicht zu so einem Blick auf die Weimarer Republik vortragen? An der Bedeutung der Epochen Zäsur 1933 gibt es ja gar keinen Zweifel. Auch wenn es in der Fachdiskussion der letzten 10, 15 Jahre eine Tendenz gegeben hat, wichtig ist da vor allem das wichtige Buch von Helmut Smith, Fluchtpunkt 1941, der gesagt hat, dass eigentlich die Epochen Zäsur 1933 sich relativiert, wenn wir die genozidale Kapazität des Nationalsozialismus zentral stellen wollen, fokussieren wollen, weil dann 1933 ein Schritt in eine Diktatur ist, wie sie in anderen Ländern Europas auch seit Mitte, Ende der 20er Jahre erfolgte, aber sich damals die genozidale Kapazität der NS-Herrschaft noch nicht direkt abgezeichnet hat. Trotzdem, trotz dieser Diskussion, denke ich, gibt es daran keinen Zweifel, dass die Aufgabe der Weimar-Forschung bleibt, zur Erklärung von 1933 beizutragen, aber ich denke nicht, dass sich die Geschichte der Weimar-Eumbrie darauf reduzieren lässt und es ist eine wichtige Aufgabe der Forschung in den letzten 20 Jahren gewesen, eben von dieser Fokussierung, um nicht zu sagen Fixierung, auf das Epochenjahr 1933 wegzukommen und ich meine, wenn man es nur vergleicht mit einer anderen Epoche der deutschen Geschichte, der Geschichte der DDR, ich meine, gibt es irgendjemanden, der ernsthaft die Geschichte der DDR so verstehen wollte, dass die eigentliche Aufgabe des DDR-Historikers nur sein würde, das Epochenjahr 1989 zu erklären, auch in diesem Punkt, also in diesem Vergleich wird schon deutlich, dass die Geschichte der Weimar-Republik darin nicht aufgeht. Die Frage ist dann, welche Kontinuitätsbezüge kommen in den Blick oder welche Fluchtpunkte des historischen Erzählens kommen in den Blick und da gibt es eine ganze Reihe, die man nennen kann, einige davon werden in unserem Handbuch diskutiert, andere könnte man auch noch weiter diskutieren, zum Beispiel im Kapitel Religion und Konfession ist der eigentliche Fluchtpunkt des Erzählens das Jahr 1946 die Gründung der CDU, weil die Frage, die Todd Weir und Uli Greenberg stellen ist, ob es schon am Ende der Weimar-Zeit ein Potenzial gegeben hat, vielleicht den jahrhundertealten tief in die deutsche Geschichte eingeschliffenen Konfessionskonflikt zu überwinden und dann so etwas zu schaffen wie eine christliche Sammelpartei, die dann nach 1945 gegründet wurde. Im Blick sagen wir auf Fragen der Sexualität und der sexuellen Selbstbestimmung steht die Weimar-Publik in einer Epochen, in einer historischen Erklärungslinie, die auf die 1960er-Jahre vorwegweist und auf die Geschichte sozusagen der zweiten sexuellen Revolution. Nochmal zum Thema Massenkultur. Dort erweist sich die Geschichte der Weimar-Publik als Teil der Vorgeschichte der heutigen plurimedialen Massenkultur, die vom Wechselspielen, auch von der Verbindung verschiedenster Formen massenkultureller Medienformate, Radio, Kino, Zeitung, billige Bücher, Massenbücher und dann der Film geprägt ist. Um noch ein Thema aufzuwerfen, was wir in den Handbuchen nicht diskutieren, das aber auch relevant ist, mit Blick auch auf die Gegenwart, die Weimar-Publik war eine Epoche auch der Individualisierung und der Debatte über Individualität und auch über die Grenzen der Individualisierung schon eigentlich auch über die Krise der Individualität und das ist etwas, was uns in die Geschichte der Bundesrepublik oder der westlichen Gesellschaften eigentlich der 80er-Jahre hineinführt, wenn man zum Beispiel Ulrich Becks Epochenbuch Risikogesellschaft aus den 80er-Jahren nimmt. Viele dieser Themen und Fragen, die Verunsicherung, die Individualisierung, die Individualisierung von Lebensläufen und das Vordringen der Individualisierung aufwirft, das sind Themen, die auch schon am Ende der Warme-Republik kontrovers diskutiert wurden. Die Deutung von Geschichte, die Verwendung von bestimmten Kategorien, die Sie jetzt immer wieder angesprochen haben durch Historikerinnen und Historiker, ist ja jeweils auch stark von den eigenen Lebenserfahrungen der Forschenden, abhängig von der Welt, in der sie leben. Welche Veränderungen der letzten 20 oder 30 Jahre haben sich in die jüngeren Deutungen der Weimarer Republik schon eingeschrieben? Ich denke etwa, oder Frage nach der Stellung oder Bedeutung der Kriege, die ab den 1990er-Jahren plötzlich in Europa wiedergeführt wurden, oder die vielfach enttäuschten Hoffnungen nach dem Ende des Kalten Kriegs, als man hoffte, dass weltweit immer mehr Demokratie entstehen wird. Oder die Erfahrungen von Failed States in Afghanistan oder Libyen? Haben diese Entwicklungen die neuste Forschung schon geprägt? Die letzten, also Kriege glaube ich nicht. Ich glaube, das Zentrale von den Punkten, die Sie angesprochen haben, ist das Wichtigste, die Krise oder sozusagen das Problem der Demokratie. Und ich glaube, was für die Weimarer Republik wichtig ist, ist, dass Historikerinnen und Historiker der Weimarer Republik etwas aufgegriffen haben, was auch unsere heutige politische Diskussion prägt oder zumindest prägen sollte, nämlich die Einsicht, dass Demokratie als Praxis zu verstehen ist, dass sie nicht bloß aus Verfassungstexten und Institutionen besteht, sondern Demokratie quasi ein alltägliches Wagnis ist, eine Praxis, die immer umkämpft bleibt und die dabei auch immer verändert wird. Und ich glaube, was dort passiert ist, dass wir aus das Weimar etwas sozusagen die ältere Idee eines gescheiterten demokratischen Gemeinwesens eigentlich von dem Beginn an gescheiterten demokratischen Gemeinwesens sich etwas relativiert, weil wir in der Gegenwart merken, wie problematisch der Prozess des demokratischen Aushandels von Interessenkonflikten ist, auch wie belastet und zugleich belastbar Institutionen wie Parlamente sind, aber eben auch, dass man die Weimarer Publik neu sehen kann, dass es nicht bloß geht um Entscheidungs, um die großen Schlüsselfragen, die in den Hinterzimmern von Fraktionen und den Parlamenten ausgehandelt werden, sondern dass Demokratie den Einsatz, das Engagement der Massen von Bürgerinnen und Bürgern erfordert, das ist auch gegendert, in verschiedenster Hinsicht, da spielen Weiblichkeits- und Männlichkeitsvorstellungen eine Rolle, ich glaube, das sind Fragen, die heute an die Weimarer Republik gestellt werden, die in den letzten 10, 15, 20 Jahren in den Vordergrund gerückt sind und die noch weiter in den Vordergrund rücken und die sehr stark Gegenwartsbezug haben in verschiedenster Hinsicht und die zu tun haben mit der Verunsicherung, der gegenwärtigen Verunsicherung, Krise möchte ich es noch nicht nennen, aber Verunsicherung darüber, was Demokratie ist und wie sie funktioniert, aber eben auch den Wissen darum, wie aufregend es sein kann, wenn es gelingt oder wie aufregend schon die Herausforderung ist, es zum Gelingen zu führen. Sie haben Sie haben gerade schon am Beispiel von Demokratie einen kurzen Hinweis gegeben, wo aktuelle Forschungen hinlaufen, wo auch vermutlich die Forschung in den nächsten Jahren sich weiter entwickeln wird. Sehen Sie da noch andere Felder? Sehen Sie Auswirkungen etwa der globalen Finanzkrise von 2008 oder der international zu beobachtenden zunehmenden populistischen Bewegungen, vor allem in Europa und den USA oder der globalen Pandemie, in der wir uns gerade befinden oder dem Thema, was heute noch nicht angesprochen wurde, weltweite Migration? Werden diese Themen viel stärker unser künftiges Weimar-Bild verändern oder gar prägen? Wie schätzen Sie das ein? Von den Themen, die Sie, ich glaube, die Migration nicht, die Weimar-Publik hatte ein sehr restriktives Migrationsregime und ja, ich weiß nicht, ob das zu sagen als historische Folie taugt. Von den Themen, die Sie angesprochen haben, ist ein wichtiges sicherlich die Globalisierung und das ist ein Thema, was wir kurz in der Einleitung zu unserem Handbuch ansprechen, wo ich allerdings glaube, dass das sicherlich noch weitere Forschung erfordern wird, aber das ist, glaube ich, nicht so fundamental unser Geschichtsbild der Weimarer Epoche verändern wird, wie es das für die Geschichte des Kaiserreichs in den letzten 10, 15 Jahren getan hat, wo wir wissen, dass eben das Kaiserreich sehr extrem stark von der ersten Welle der Globalisierung seit den 1880er, 1890er Jahren geprägt war. Verglichen damit erscheint mir die Weimarer Republik manchmal mehr eigentlich wie so ein Haufen von Provinzlern und so Provinzlertum und in der Provinz lebend ist doch ein Zug, der in vielerlei Hinsicht sehr stark in die Geschichte Weimars eingeprägt ist, auch bei Leuten, die anderes gesehen haben. Im Zusammenhang damit, auch das sprechen wir kurz an, ist die Frage der kolonialen Hinterlassenschaft, also sozusagen die postkoloniale Situation, aber auch da glaube ich, nach dem, was wir bisher wissen, kann man sicherlich noch weiter, sollte man sicherlich weiter erforschen, ist das, glaube ich, nicht ein Thema, was die Weimar-Forschung sehr stark bewegen wird. Ich kann da nur ein Beispiel aus meiner biografischen Arbeit nennen, Martin Niemöller, der vor 1914 in der Kaiserlichen Marine die Weltmeere befahren hat und der 1918 eigentlich auswandern wollte nach Argentinien, sich dann entschließt, das nicht zu tun und bevor er dann 1931 nach Berlin wechselt, nach Dahlem, ein so provinzlerischer Westfale ist, wie man überhaupt nur provinzlerischer Westfale sein kann und er ist tief als Student im rechtsradikalen Milieu verankert in Münster, ist ein Mitglied in jedem Kampfverband und in jedem rechtsradikalen Verband, wo er Mitglied sein kann, aber für Kolonialfragen hat er sich nicht im geringsten interessiert, obwohl das natürlich eines der Themen schon war für die Mobilisierung von Rechtsradikalismus, gerade auch am Anfang der Weimarer Republik. Also das sind Themen, die sicherlich noch weiter diskutiert werden und die auch einen Gegenwartsbezug haben, aber ich bin skeptisch, wie weit sie unser Geschichtsbild der Epoche prägen werden. Es gibt ein zweites, was ich kurz ansprechen möchte und das ist das Thema der Subjektivierung, was in der heutigen soziologischen und auch psychologischen Fachdiskussion ja breit diskutiert wird und auch von der zeitgeschichtlichen Forschung für die Zeit seit den 70er Jahren sehr intensiv erforscht wird, Stichwort Therapieboom, Selbstverständigung, Subjektivierung, auch die Probleme der Subjektivierung, Lichtkonfigurationen zu finden und das ist was, was eigentlich sehr weimarisch in vielerlei Hinsicht ist. Es gibt Peter Fritschi, einer der großen Innovateure in der Forschung zur Weimarer Republik, hat das glaube ich 2010 zum ersten Mal vielleicht auch schon ein paar Jahre früher in einer Reihe von Aufsätzen formuliert, in der Weimarer Republik gibt es einen Hunger nach Erfahrung und diese Erfahrung soll eben subjektive Erfahrung sein und ich glaube, was passieren wird und was auch schon im Moment passiert ist, dass wir mehr lernen werden darüber, wie Zeitgenossen der Weimarer Republik auf Subjektivität reflektiert haben und dass zum Beispiel Quellengattungen wie Tagebücher weniger dieses Anschreibebuch von Paul Maik, das ich genannt habe, das eben nur seine Ernte und wie viele Kartoffeln er aus einer Parzelle rausholt aufschreibt, aber eben elaboriertere Tagebücher, wo die eben auch Spiegel sind von Sinnsuche Prozessen, von Prozessen der Suche nach persönlicher Selbstverständigung und der Vergewisserung darüber, was Subjektivität ausmacht. Das ist eine sehr moderne Suche, diese Suche nach Subjektivierung und Vergewisserung über Subjektivierung und es ist eine, die man auch, mit der man die Barmer-Republik auf spannende Weise, glaube ich, neu entdecken kann und auch neu entdecken wird. Vielen Dank. Mit Ihrer letzten Antwort haben Sie eigentlich schon einen gleitenden Übergang zu unseren Fragen und Anmerkungen aus dem Set gemacht. Die erste Anmerkung ging auf Richtung Internationalisierung und internationale Einbettung der Weimarer Republik. Da hatte Valentin Hemberger angemerkt, dass er dafür plädieren würde, neben dem Blick auf die Siegerstaaten, insbesondere Großbritannien und Frankreich, vor dem Hintergrund des Versailles Vertrages und der daraus sich ergebenden Beziehungen, Verflechtungen auch und stärker das Verhältnis zu den USA, Sowjetunion und Italiens als Kernländer neuer Großideologien, wie er das nennt, dann in den Blick zu nehmen. Das war ein Kommentar, dazu haben Sie jetzt ja auch schon gerade ein paar pointierte Ausführungen gemacht. Mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, versuche ich zwei andere Kommentare zusammenzufassen, die beziehen sich auf die Bedeutung von Antisemitismus in der Weimarer Republik, einerseits nach dem Stellenwert und andererseits fragt Markus Kühlmann gezielt nochmal nach, ob der religiöse Kulturkampf, den sie beschrieben haben, ein primär konfessionelles Phänomen innerhalb des Christtums oder von Gruppen ist, die sich dann von der christlichen Religiosität entfernen oder ob es dann nicht auch einen Bezug zum Antisemitismus gibt und ob man ob und wenn ja wie man den mitdenken müsste. Vielen Dank das sind sehr gute Fragen ich darf vielleicht noch kurz auf den ersten Punkt eingehen USA UDSSR Italien ich finde die wir haben ein wunderbares Kapitel von Mary Nolan über USA und UDSSR und über Vorstellungen der sozusagen als Beispiel Länder der Moderne in unserem Handbuch und daran finde ich gerade die Frage der UDSSR hoch interessant weil oft vergessen wird dass gerade auch vor dem Hintergrund der tiefen Krise des Kapitalismus im ökonomischen Bereich aber auch schon zuvor gerade auch Deutschland ist sehr viele Kontakte und sehr viel Interesse gab an der Geschichte der Sowjetunion und nicht bloß von Seiten der kommunistischen der Kommunisten und des kommunistischen Milieus sondern auch bürgerliche Intellektuelle und viele andere Reisende auch Wissenschaftler die Osteuropa Forschung betrieben haben die interessiert waren an der sowjetischen Version sozusagen moderne technologisch und sozialtechnologisch zu entfalten da gibt es noch mehr Forschungsbedarf aber das ist sicherlich ein sehr interessantes Thema Antisemitismus und religiöser Kulturkampf erstmals am Stellenwert und an der Verbreitung des Antisemitismus in der Warme Publik gibt es keinen Zweifel und wie das Kapitel von Susanne Wein und Martin Ulmer deutlich macht ist ein entscheidender bei geht es dann nicht bloß um Parteien und Interessen Verbände Das ist auch wichtig sozusagen die klassischen Akteure in diesem Feld anzugucken sondern es geht um einen Prozess der rhetorischen und der semantischen Normalisierung Das wird da sehr präzise und sehr schön nachgezeichnet dass also das Reden über Juden und über ihre negativen Einflüsse auf die deutsche Gesellschaft solchen Mechanismen unterliegt nachdem der Verdichtung und der Zuspitzung der Laminierung wird das genannt dass antisemitische Themen transportiert werden ab Mitte der 20er Jahre ohne dass man überhaupt die Juden noch als Problem benennen muss und die Virulenz oder die Problematik dieses Problems liegt eben darin dass es nicht bloß um den völkischen Antisemitismus der auf breiter Front in der Wahlen Republik einzieht geht sondern eben auch im alltäglichen Sprachgebrauch auch im parlamentarischen Sprachgebrauch im Reichstag eben diese Praktiken der quasi Kodierung von Antisemitismus stattfinden inwieweit das mit den konfessionellen Kulturkämpfen zusammenhängt das ist umstritten es gibt ja Positionen in der Forschung gerade auch jüngst die große wie ich finde sehr imposante Gesamtausstellung von Peter Longerich zur Geschichte des Antisemitismus der mit der These anfängt dass diese alte Unterscheidung von Antijudaismus also theologischen christlichen Antijudaismus und Antisemitismus eigentlich nicht mehr haltbar ist der ich nicht so nicht zustimmen kann ich verstehe warum diese These aufgestellt wird Fakt ist dass auch die völkischen Antisemiten oder alle sozusagen modernen Antisemiten seitdem der Begriff von Wilhelm Nahe geträgt wurde sich auch sozusagen des Repertoires des religiösen christlichen Antijudaismus bedienen aber dennoch bleiben dies distinkte Positionen in der Weimarer Republik und auch noch im Dritten Reich wie man an der Geschichte des Kirchenkampfes gerade in der evangelischen Kirche zeigen könnte diese religiösen Kultur und also um die Frage nach dem Antisemitismus noch abzuschließen da gibt es ich glaube dass die religiösen Kulturkämpfe auf einer eigenen Ebene funktionieren aber das natürlich sind Protestanten und Katholiken auch an der Zirkulation von antisemitischen Stereotypen beteiligt in der Weimarer Republik was diese religiösen Kulturkämpfe angeht dort gibt es auch das was schon aus dem Kaiserreich bekannt ist sogenannte vagierende Religiosität sozusagen Sinnsuche jenseits der etablierten christlichen Kirchen aber ich denke das ist etwas das Thomas Nipperdai wunderbar und ganz klassisch für das Kaiserreich ja beschrieben hat als einer der ersten ich finde nach 1918 kommt etwas Neues dazu und das ist eben die radikale Gegenposition der sozialistischen oder kommunistischen Religionskritik auf breiter Massenbasis die es vor 1914 nicht gab und das verschiebt das zeigt das Kapitel von Weir und Greenberg ganz hervorragend verschiebt das gesamte religiöse Feld weil damit beide christlichen Konfessionen zu sagen einen neuen Gegner haben den sie attackieren müssen und gegenüber dem sie sich wappnen müssen der eigentlich dafür sorgt dass solche Abbrucherscheinungen dann in diesem Lager eher sozusagen eingekapselt werden und dass es apologetische Bemühungen gibt also die evangelischen die innere Mission gründet eine apologetische Zentrale die sich zentral dem Kampf gegen das Freidenkertum und andere weltanschauliche Herausforderungen widmet und das zeigt an dass dieses Thema der Apologetik der Verteidigung der Kernbestände des Christentums dass das da in den Mittelpunkt rückt das sind ganz wichtige Entwicklungen Wenn ich da noch kurz nachfragen darf würden Sie auf dem im rechten Spektrum völkischen Religionen für die oder religionsähnlichen Entwicklungen Gruppierungen eine marginale Bedeutung zuweisen oder würden Sie denen dann einen zunehmenden Stellenwert dann einräumen Sie haben bis jetzt aber bei den nichtreligiösen Gruppen dann immer nur mit Blick auf linke Gruppen gesprochen wenn ich an die NS-Zeit denke und wenn ich mir dann anschaue was dann auch in der SS dann gebündelt wird und dann auch an völkischer Religiosität dann versucht wird in die Gesellschaft hineinzutragen wird es dann ja in den 30er Jahren irgendwann schon sehr relevant wie würden Sie das für die Weimarer Republik einschätzen Ich weiß was Sie meinen also sozusagen dieses gesamte Phänomen das dann im dritten Reich in der Tat an Relevanz gewinnt der quasi neopaganen völkischen Denunzierung des Christentums oder Überwindung auch des Christentums der Deutschreligiosität oder wie auch immer das dann genannt wurde ich glaube dass das vor 1903 das gibt es natürlich das ist schon das entwickelt sich viele oder eine ganze Reihe der Protagonisten des völkischen Lagers und des völkischen Denkens machen sich das zu eigen aber ich glaube das Wichtige ist eher dass es noch keinen Resonanzboden für diese keinen großen Resonanzboden für diese Ideen im protestantischen Spektrum gab die deutschen Christen sind eine sehr späte Neugründung am Ende der Warmer Republik ja eigentlich dann erst durch die Kirchenwahlen 1932 so richtig auf den Plan gerufen und in der theologischen Diskussion kann man sehen Gogagen und viele andere dass Theologen die vor 1933 noch auf Distanz achten zu dieser völkischen Form der innerweltlichen Erlösung um die es sich letztlich handelt dann dass da doch ab 1933 Dämme brechen und Synkretismen und Aneignungsprozesse stattfinden die so bis 1933 eigentlich noch nicht absehbar waren also das ist ab 1933 ein sehr sehr relevantes und dann weiterführend wichtiges Phänomen auch wenn man es selbst dann noch quantitativ noch nicht überschätzen sollte finde ich weil es blieb auch quantitativ gesehen bis 1945 eigentlich marginal aber ist die Verunsicherung die davon ausgeht die wird eigentlich richtig erst massiv fassbar denke ich ab 1933 noch nicht vor 1933 Sie haben einige Dinge eben sehr sehr schön pointiert formuliert und dazu kommt von Ulrich Breitbach eine Nachfrage ob es nicht dann doch ein bisschen übertrieben wäre die Arbeiter mit Nebentätigkeit die eine eigene Parzelle besitzen oder Klantierzucht betreiben dem Agrarsektor zuzuschlagen und Herr Breitbach verweist auf das Selbstverständnis dieser Menschen die in seinem Verständnis nach sich als Bauern dann nicht als Bauern betrachtet sondern politisch dann als Arbeiter jetzt unabhängig davon wie sie Parteipolitisch gewählt haben das kommt darauf an danke für diese Frage das kommt darauf an von wem genau man spricht also für den von mir zitierten Paul Maik in der Krupp'schen Gustalfabrik arbeitet der ist natürlich in erster Linie Arbeiter und da er zur KPD dann zumindest kurzfristig tendiert auch das zeigt sich an der politischen Präferenz also ich habe diesen Begriff alle sind Bauern außer den bürgerlichen Mittelschichten das habe ich gesagt um es politisch Entschuldigung nicht um es politisch sondern um es historiografisch so ein bisschen zuzuspitzen was die württembergischen oder sozusagen die klassischen wenn ich das so sagen Arbeiterbauern angeht also all jene die eine etwas größere Parzelle Land bewirtschaften das geht das ist eine weitere Kategorie zu der vor allem dann Pracht oder Besitz in der Region von 0,5 Hektar bis 2 Hektar das ist die erste Grenze sozusagen die Kleinstbetriebe angeht die behalten und das ist breit belegt für die Weimarer Republik die behalten ihre bäuerliche Mentalität an erster Stelle es gibt dort klassische Studien die wichtigste immer noch eine der großen leider viel zu wenig rezipierten Studien zur modernen deutschen Gesellschaftsgeschichte ist das wundervolle Buch von Wolfgang Kaschuber und Carola Lipp Kiebing über Überleben Ländliches Überleben in der Moderne das ist ein Vorort von Tübingen heute wo diese arbeiterbäuerliche Struktur sehr stark ausgeprägt war und die zeigen dass auch bis in den Nationalsozialismus hinein kam die ländliche Mentalität die bäuerliche Mentalität war das erste und die Fabrikarbeiter Existenz war eigentlich nicht mentalitätsprägend das lässt sich zeigen politisch es lässt sich auch zeigen demografisch in den Formen der Familienbildung das ist sehr stark wunderbar diese Kapitel in dem Kiebingen Buch und es lässt sich auch zeigen in der Gemeindepolitik wer hat in der Gemeindepolitik das sagen und so weiter und andere Studien es gibt eine ebenfalls sehr schöne Studie unter anderem zu einem Ort namens Rödinghausen der hier in Ostwestfalen bei Bünde glaube ich ist wenn ich das richtig entsinne wo es Zigaretten Entschuldigung Zigarrenarbeiter waren also die Zigarrentabak produziert haben und dann in der in Parzellen bewirtschaftet haben ist genau haben diese Befunde auch wiederum belegt also die Mentalität dieser Arbeiter Bauern die bleibt Arbeiter steht nach dem Alphabet und sozusagen nimmt die Masse des Tages Ablaufes der Arbeitszeit ein aber die bäuerliche Mentalität die agarische Mentalität bleibt dominierend wir haben jetzt schon seit längerem noch eine Frage von Gerhard Hirschfeld an dich Benjamin und zwar lautet seine Frage welches die besonderen Auswirkungen der deutschen Kriegsmentalitäten und der Kriegskultur bis 1918 auf Politik und Gesellschaft der Weimar Publik waren es geht nicht um die Kriegerdenkmäler und Gedenkrituale wie sie im Beitrag von Claudia Siebrecht behandelt werden sondern um den Krieg als mentale Bürde für die erste deutsche Demokratie mir scheint dass der Kollege Krummeich an dieser Frage auch mitformuliert hat Gibt es noch eine andere Frage die ich vielleicht erst beantworten könnte dann kann ich im Hinterkopf noch zwei Minuten darüber weiter nachdenken wie ich die Frage beantworten möchte in welchen ich kenne das Themenfeld gut aber ich bin jetzt ein bisschen überfallen wenn nicht dann kann ich die auch beantworten doch es gibt noch eine kurze Frage beleuchten sie auch die erfolgreichen Autorinnen mit Massenwirkung wie Wikibaum und Irmgard Coyne also die neue Sachlichkeit Ja natürlich Absolut das Irmgard Coyne ist ja sozusagen wiederentdeckt worden in den letzten Jahren und natürlich das ist ganz wichtig dass es auch ein zunehmend breiteres also ein breiteres Segment des literarischen Feldes den Autorinnen gehört und die ihr Massenpublikum finden breit rezipiert und auch kontrovers diskutiert werden Gilgi dazu gehört ja auch dass Gilgi ist im Vorwärts Gilgi eine von uns also der erste große Roman von Gatt Coyne ist vorwärts abgedruckt worden da gab es dann noch Leserbriefe und Rezeption und so weiter das ist Teil die das ist ein wichtiger Teil der Weimarer literarischen Kultur der man nicht vergessen sollte und der geprägt hat diese Angestellten Mentalität sehr stark beleuchtet hat was die Kriegsmentalität die Frage nach der Kriegsmentalität angeht erst mal glaube ich schon dass die Kriegerdenkmäler die Claudia Siebrecht ja nicht nur in ihrem Kapitel behandelt hat ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang sind weil und das eigentlich das Argument das Claudia entfaltet wichtig ist weil sie betont dass dies Fragen sind die auch jenseits der politischen Zuschreibungen zu suchen sind und das muss als jemand der selber über einen wichtigen Veteranverband der Weimarer Republik gearbeitet hat das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold auch den Reichsbund zu einem gewissen Teil wo ich sehr stark natürlich Themen der Politisierung und auch der Mobilisierung von Kriegsmentalitäten für die politischen Kämpfe der Weimarer Republik betont habe muss ich sagen bin ich überzeugt von dem was Claudia Siebrecht schreibt dass man diese Dinge die dort immer hoch politisiert verhandelt werden in den Kämpfen zwischen den politischen Lagern dass man die nicht zu hoch hängen sollte dass man quasi metaphorisch gesprochen erinnerungspolitisch auch abrüsten muss und niedriger hängen muss und das ist tatsächlich in dieser Erinnerungskultur die eben vom Krieg geprägt ist und die ein wichtiger Resonanzraum ist für die Kriegsmentalitäten der Weimar Republik dass dies lagerübergreifend funktioniert zumindest im kleinen städtischen und lokalen Raum und dass es sehr stark auch familiär geprägt ist das taucht ja ganz am Ende ihres Kapitels auf das ist eine Anregung die auch aus der französischen Forschung stammt unter anderem und die ich glaube sehr wichtig ist dass sozusagen die Verarbeitung des Krieges eben nicht bloß in der Arena der großen Politik passiert sowie im Reichskabinett wo bekanntermaßen die Frage ob Erich Maria Remarck tatsächlich an der Front gedient habe oder nicht im Zuge der Kontroversen um im Westen nichts Neues zum Gegenstand einer Kabinettssitzung wurde und Wilhelm Gröner der Reichswehrminister konnte berichten dass in der Tat ja Remarck hatte an der Front gedient was die nationalistischen Verächter seines Buches ja von Beginn an bestritten haben ja das ist Teil der Weimar Republik im Kabinett wird ein Kriegsroman und sein Autor verhandelt aber es passiert eben auch auf der Ebene des Familien des Privaten der Privaten Reflexion der familiären Genealogie wo dann die Trauer und die Trauerarbeit im Vordergrund steht und die große Politik und auch die kleine Politik eigentlich zurücktritt und ich finde es wichtig dass wir beide diese Ebenen im Blick behalten dass wir nicht nur die Politisierung der Kriegsmentalität durch die Sturmabteilung der SA und den Stahlhelm analysieren und verstehen sondern dass wir auch die auf den ersten Blick unpolitische dass wir quasi die anthropologische Dimension dieser Kriegsmentalität auch in den Blick nehmen als letzte Frage möchte ich eine Frage einen Hinweis von Edgar Liebmann aus dem Chat aufnehmen der selber an einer Biografie an einem Dissertationsprojekt über den Historiker Hans Herzfeld arbeitet und der dann nochmal auf die Frage der Geschichte der Geschichtswissenschaft hinweist und nach der Rolle der Historiker in der Weimarer Republik fragt und aufgrund seiner eigenen Forschung und neueren Forschung beispielsweise zum preußischen Kultusministerium und dessen Besetzungspolitik in der Weimarer Republik gerade mit Blick auf Lehrstühle dann Zweifel daran habt ob die alte pauschale These dass die meisten Historiker republikfeindlich gewesen wären ob man die noch vertreten kann wie stehen Sie dazu Herr Ziemen dazu muss ich abwarten was diese Forschung ergeben und sozusagen also die Doktorarbeit dann lesen was ich sehr gerne tun werde wir haben ja das Kapitel von Lutz Raffa hier über die Geisteswissenschaften in unserem Handbuch und ich finde einen der Punkte den die Raffa hier sehr gut beleuchtet ist dass das geisteswissenschaftliche Feld im weitesten Sinne in der Bahnhof Publik nicht nur durch weiterhin nicht nur durch Universitäten und Akademien geprägt war sondern umfassender war dass es an den Rändern eigentlich auswanzte dass es Freundschaftsgruppen und sozusagen Volksschaftsgruppen gab die einzelnen Intellektuellen gefolgt sind es gab eigenständige Organisationsversuche wie etwa das Frankfurter Institut für Sozialforschung das wichtige Beiträge schon in den 20er Jahren geleistet hat es gibt eben populäre das Beispiel das ich schon genannt hatte Emil Ludwig ist ein gutes Beispiel dafür natürlich können sich die Weimarer also Ludwig war engagierter Republikaner mit leicht mit mehr als leicht elitären Zügen halt ein großbürgerlicher jüdischer das ist ganz wichtig für seine Identität Manier aber all die Expertenmeinungen die die akademische Zunft in der historischen Zeitschrift aufbringen konnte um seine populären Geschichtsbücher über Bismarck und Hindenburg quasi sozusagen zu zensieren und zu sagen das ist alles völlig unseriös hat den Verkaufserfolg dieser Bücher und ihren Anteil an der Prägung von Geschichtsbildern in der Weimarer Republik natürlich nicht behindert also wenn es noch mehr pro-republikanische akademische Historiker in der Weimarer Republik gegeben haben sollte dann ist das interessant aber dass eigentlich auch wichtig ist dass das geisteswissenschaftliche Feld über die Universitäten hinausreicht und dass dort Akteure zum Zuge kommen die auch ohne Lehrstuhl an einer Universität eben als Teilnehmer an der Diskussion über die Vergangenheit teilnehmen können im Übrigen um nochmal auf die Frage von Gerhard Hirschfeld zurückzukommen die historische Auseinandersetzung und Aufarbeitung des Ersten Weltkrieges ist dafür ein klassisches Beispiel weil es gab die großen Aktenpublikationen die angefertigt wurden die große Politik der Kabinette die diplomatischen sozusagen Depeschen und Dokumente gesammelt wurden aber es gab eben auch das Genre der Regimentsgeschichten es gab populäre es gab Historiker wie der berühmten Martin Hobo Ungern Reichsarchiv beteiligt war Ludwig Bergstresser hat sich als parlamentarischer Sachverständiger engagiert in dieser Sache also die Beschäftigung mit der Geschichte gerade auch mit der jüngsten Weimarer Zeitgeschichte das war die Geschichte des Ersten Weltkrieges ging weit über das akademische Feld der Universitäten hinaus und spielte sich auf vielen verschiedenen Ebenen ab Mit diesen Ausführungen zu dem Reitenfeld von Geschichte und Geschichtsakteuren möchten wir unsere heutige Veranstaltung schließen und uns ganz ganz herzlich bei Ihnen Herr Ziemann dafür bedanken für Ihren Vortrag für Ihre umfassenden Antworten auf unsere vielen vielfältigen Fragen zur Weimarer Republik es war für uns Moderatoren und sicherlich auch für alle die zugehört haben ein sehr spannender ein sehr lehrreicher ein sehr anregender Abend danken möchten wir auch Ihnen allen für Ihr Interesse für Ihre Fragen und Ihre Kommentare die zur Abrundung dieses Abends beigetragen haben und schließlich auch noch einen Dank an Tobias Thelen der hinter den Kulissen für die Aufzeichnung dieser Veranstaltung gesorgt hat ich möchte nicht versäumen sie zur nächsten thematischen Vortragsveranstaltung der Bibliothek für Zeitgeschichte einzuladen am 9. März um 18 Uhr geht es um Uwe Wittstocks neues Buch Februar 1933 der Winter der Literatur und allen die sich für die politischen gesellschaftlichen und kulturellen Dimensionen von Hass in den letzten gut 200 Jahren interessieren denen sei die neue Sonderausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg empfohlen unter dem Titel Hass was uns bewegt veranschaulichen bewegende und erschreckende Geschichten und außergewöhnliche Ausstellungsstücke wie die Emotion Hass uns Menschen und unsere Gesellschaft prägte und prägt doch jetzt genug der Worte wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund und dann bis zum nächsten Abend Vielen Dank.